Jo mein lieben Tusch und warte mit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Leute Und original spielen wir heute Ender Games Und Leute, ihr wisst nicht was mir für eine krasse Sache jetzt gerade passiert ist, dass ich Ender Games aufnehmen wollte Ich hab gerade Ender Games gespielt Und ich hab gerade 5 Minuten gebraucht, um überhaupt in die Runde rein zu kommen Weil Ender Games in letzter Zeit so voll auf Gomme ist Das ist echt einfach, dass du einfach aus der Runde rausgeschmissen wirst Also das ist echt krass Wir spielen auch heute einfach ganz spannend mit dem Zufallskid Weil ich keine Lust hab irgendwie ein neues Kit zu kaufen Weil Kids in Ender Games sind arschteuer Leute Jo, da haben sie recht Oh, Teleporter, ganz starke Sache Oh, eine schöne Crafting-Table War manchmal ganz schön spannend Ein Dearschwert, ne, wenn ich dieses Crafting-Rezept noch wissen will Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nochmal zuvor, Leute, ich find das wirklich so krass Dass in letzter Zeit Ender Games so nice gespielt wird Ich weiß noch Leute, falls ihr euch an mein letztes Video vor 6 Monaten erinnern Ender Games ist tot, wo irgendwie nur 6 Leute oder so in der Runde waren Das war echt belastend Und da vorne ist ein Gegner Das sind mehrere Gegner, Leute Oh Wo kam der Schuss denn her? Lol Gibt euch das, Leute Zwei volle Ender Games-Runden What the fuck? Okay, Zufallskid ist ausgewählt in der nächsten Runde Warum haben eigentlich so viele Leute Supreme? Gibt es bei diesem Weihnachtskalender irgendeine besondere Aktion? Jägerkit, was war denn nochmal Jägerkit? Ich glaube, wir haben am Anfang einfach so einen Vorteil, oder? Keine Ahnung Da vorne ist der nächste Gegner, Leute Egal, von hinten sollten wir den bekommen Oha Alter Die erschwert haben wir jetzt, ne? Ganz entspannt Leute, ich hab gar keine Quip Aber ich find auch irgendwie gar keine Kisten mehr Wisst ihr, was ich wundere? Irgendwie ist hier alles so hell What the heck? Mein Jäger ist doch normalerweise gar nicht so krass, hä? Hä? Scheiße, Alter, da ist einfach einer Man! Und der Kaktus-Kit bekommen, Leute Nice Weit ich weiß, es ist so, dass der Gegner Schaden bekommt, wenn er mich schlägt Und wenn ich mich sneeke, dann kann ich mich in so einen Kaktus verwandeln Ich krieg auch so eine Rüstung Oha Wow, Alter, shit, wo ist der los? Das Gute ist, irgendwie dieses Kit hat irgendwie so einen Bug Dass die Gegner auch schon in der Schutzzeit Schaden bekommen, wenn sie mich versuchen zu schlagen What the fuck? Wo ihn niemand sah Aber heute ist er wieder da Und wenn Senpai sich dann hochbaut Und ihr hochschaut Setzt der O- Fuck! Alter! Oh, enge Sache Oh so, Leute, ich würd's aber sagen, dass es sonst schon ein Video gewesen sei Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt's mit einer Bewertung, Leute Spielt unbedingt mal wieder Endergames Ich weiß, früher hat es keinen Bock mehr gemacht, wenn die Leute reingeswittert haben, wie sonst was Aber es bockt sich wieder ohne mal, weil so viele Leute zocken und die Leute, die Schwitzer sind weg Keine Ahnung Deswegen würd ich einfach sagen, hier findet ihr die andere Videos, wenn euch das Video gefallen hat Dann zeigt's mit einer Bewertung Haut rein, macht's gut Und Ciao